servus zusammen und willkommen zurück zu einer folge der division 2 hier bei mir auf dem kanal ist ja jetzt schon ein bisschen her so wir sind vor dem weißen haus und es gibt ja schon seit einigen wochen die season 11 und rain of fire und die möchte ich jetzt auch mal zocken kam einfach die letzten wochen nicht dazu ein bisschen ausgefallen durch krankheit und dann habe ich mich mal wieder ein bisschen mehr auf den landwirtschaftssimulator hier konzentriert und in kürze gibt es eben auch ein neues spiel dann bei mir auf dem kanal ea sports pga tour golf da ich ja selber golfer bin ist dieser titel bei mir jetzt gesetzt aber nichtsdestoweniger muss man zwischendurch auch mal wieder ein bisschen action zocken weil ich liebe action film und deswegen machen wir jetzt mal wieder ein bisschen der division und ja wie gesagt ich habe jetzt die season 11 nummer kurz 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 angeschaut ich weiß also gar nicht genau worum es da also ich weiß natürlich schon worum es im prinzip geht es gibt natürlich wieder einen großen boss und ein paar unterbosse die zu ja auszuschalten sind und so werden wir uns vorwärts spielen und dann schauen wir mal wie hier die story sich entwickelt okay leute wir legen los hier mit dem ersten teil season 11 und dann schauen wir mal was wir zu tun haben ich bin jetzt aber kleines bisschen war da nicht irgendwas dass wir glaube ich erst mal irgendwo hinlaufen müssen mit many treffen 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 das werden wir glaube ich hinkriegen und dann schauen wir uns das ganze mal an wie sich das hier entwickelt und wie sich das ganze gestaltet okay wir werden interagieren agent danke für die rettung gestern abend wir müssen sie über anderson's und sokolo was bündnis informieren ihr auftritt fred general anderson's true sons haben sich black tusk angeschlossen und geholfen sokolo was luftkissenbootflotte in dc zu vergrößern nach konia island befürchte ich mögliche das ist charles junks crawford ex-marine ein sadist von beruf ingenieur hat kontrollzwänge und wenig respekt vor der unantastbarkeit des menschlichen lebens lieutenant benton er war mal drohnen operator er glaubt dass er nur für tote verantwortlich ist deren blut er an den händen hat benton behauptet deswegen dass er noch nie jemanden getötet hat dabei hat er tausende ermordet der typ hat unheimlich pech man munkelt er sei ein zwanghafter spieler er hat sich gemeldet um seine schulden bei den kredit haien zurückzuzahlen er hat am black friday im lotto gewonnen wurde aber nicht ausbezahlt die kredit haie sind jetzt wohl sein geringstes problem beatrice anti kaplan ich kenne sie als patty officer kaplan sie hat einen mann getötet nur weil er sie anti genannt hat du bringst einen mann wegen eines spitznamens um und dann lässt du dich so nennen damit niemand vergisst was passiert wenn man sich mit dir anlegt sie ist kleinlich und gefährlich und zu guter letzt zachary stovepipe beaty ich hasse den kerl er hält sich für unantastbar er war bei der kampfmittel beseitigung aber das war sicher nur ein vorwand um zeug in die luft zu jagen wenn alles was er macht ist zeug in die luft jagen ehrlich ich traue so schönlingen nicht denen lässt man zu viel scheiß durchgehen stovepipe und sein team sind schwer bewaffnet und sie kennen jeden zentimeter der stadt sie wissen genau wo sie den größten schaden anrichten können physisch und psychisch viel glück bei der suche auf eine gute zusammenarbeit agent naja ok wir wissen dass sie luftkissenboote und mörser nach dc schicken aber wir wissen nicht was sie vorhaben wir haben auch vermehrt hunter drohen in der stadt gesehen sind die hat eine ihre aufnahmen geborgen leider verschlüsselt wally konnte die datei entschlüsseln sie ist in der schloss aufsiedlung wally wollte nicht im offenen funk über ihren fund reden gehen sie zu ihr hey agent wally hier sind die hat festgestellt dass vermehrt hunter drohnen unterwegs sind eine hat sie abgeschossen und dabei eine verschlüsselte datei geborgen sie ist eine gute hackerin aber das war zu anspruchsvoll zum glück hecke ich schon seit zwei monaten black tusk und hunter geräte deshalb war das ein kinderspiel kommen sie zum schloss wenn sie mehr erfahren wollen tja dann werden wir wohl zum schloss gehen wenn wir mehr erfahren wollen ich meine deswegen sind wir hier deswegen haben wir das ganze ja auch bezahlt okay also wie gehabt jungs und mädels wir werden hier also vier unterbosse killen und dann werden wir uns dem hauptboss zuwenden und dann sehen wir weiter okay so weit so gut scheint ja wieder ein bisschen story dabei zu sein die beste ausrüstung in der stadt dann schauen wir mal wie wir hier bei rum kommen okay so schloss 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 war irgendwo hier unten okay dann werden wir hier eine schnellreise machen verbündeter kontrollpunkt in der nähe erkannt sehr schön also da müssen wir hin und dann werden wir mit sicherheit mehr erfahren worum es hier geht und was wir hier zu tun haben und wie wir wohl im frischen spaß haben werden ah ja ist das neu mit diesem punkt gut servus ich hatte gehofft sie würden vorbeikommen freut mich ich bin wally die aufnahme finden sie auf dem computer ich habe gestern mit kerl gesprochen er hat mir versichert dass das nur gerüchte sind der berichte aus st louis komplett erfunden kein grund zur sorge selbst wenn es wahr wäre ist es eine ausnahme und kein trend sie brauchen sich keine sorgen zu machen was ist mit dem nachschub der dadurch geht wir haben alternativ roten es besteht keine gefahr von engpässen weil sie das beunruhigt sie reden mit chance habe ich ich versichere ihnen es gibt keine engpässe und wir sind bestens versorgt wir sind langfristig dabei sie steht wohl immer noch mit calvin mcmanus in kontakt es wird immer besser sind die halt wache wir sagen bescheid wenn wir etwas finden ok kopf geld einsatz tja dann werden wir uns wohl um chunks kümmern müssen als erstes ok west potomac park wie immer drei kaltrund punkte ein kopf geld einsatz eine öffentliche exekution sehr schön gut sehr schön also dann müssen wir hier mal hin na fangen wir doch einfach mal kampf und konvoi ja können wir laufen und wenn man dann schon da sind dann holen wir hier auch noch diese s hd technologie ab die haben wir bisher noch nicht geholt ok los geht's boom 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 wo müssen wir raus da geht auch lang ich glaube hier müssen raus ok durch die kirche ich muss mich jetzt an der stelle schon mal gleich ein bisschen entschuldigen bzw vorwarnen da ist der konvoi weil ich jetzt schon längere zeit nicht mehr gezockt habe muss ich aber erst mal ein bisschen wieder rein finden also seht es mir nach wie nicht jeder schuss ein treffer ist gut aber irgendwo schleicht hier noch einer rum so das sollte es für hier gewesen sein aufnehmen dann gehen wir mal weiter teiltlicher kontrollpunkt in der nähe ja aber dieser kontrollpunkt interessiert uns glaube ich nicht oder ist das und wir werden sehen woher was springt da wieder rum nehmen wir die mit aber ja da sind auch welche sehr gut bringt alles gute und weiter geht's zum s hd das springen auch ein paar jungs rum das war nichts sehr schön sehr schön sehr schön so unsere brune ist gleich wieder einsatzbereit und raus nein den wollen wir nicht killen so und dann mal hier rüber in deckung ist da noch einer immer noch einen kontakte halte ich bloß fern von mir die kam von der seite oha den brauchen wir um gar nicht so mal das geschütz hier hat die aktiven das ziel Okay. Immer noch nicht genug. Immer noch welche unterwegs. Das gibt es doch nicht. Freunde. Sehr schön. So, wo ist die Geisel? Wo ist die Geisel? Ah ja. Hat sich einfach verpisst. Sehr schön alle Geisel gerettet. Und. Mal alles blündern. Jetzt muss ich mal gucken. Ist eigentlich. Ah ja. Ist relativ leer. Passt. Bingo. So. Naja. Knapp ist immer relativ. So. Hä? Ach nee. Das wollen wir nicht. Nee, 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 nee. So. Wir sind immer noch hier auf dem Weg zu unserem Behälter. So, Dille. Ja, das Ganze hier wird auf jeden Fall ein bisschen eine neue Staffel. Weil unser Friday Wochenend Play, den will ich ja auch wieder aufleben lassen. Und schauen, dass wir wieder jetzt regelmäßig am Freitag gehen wir mal eine Stunde Division zocken. Einfach mal wild durch die Gegend laufen und gucken, was so alles passiert. Auch das wird dann jetzt demnächst wieder, äh, werde ich wieder aufleben lassen. Und, äh, das hier wird eine kleine Staffel eben. Wie gesagt, machen wir hier The Vision 2 Season 11 und gucken mal, wo uns das Ganze hinbringt. Und, so, irgendwo fliegen hier wieder die Kugeln. Oh, 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 oh. Sehe ich den hier nicht? Völlig verpennt. Springen da welche rum? Laufen wir mitten in den Weg? Das ist doch schön. So. Es geht doch nichts über funktionierende Systeme, mein Freund. So, links rum. Äh, Augenblick. Hey, Aiden. Cindy hier. Ich beobachte immer mehr Hunter-Aktivitäten im West Potomac Park. Sie sollten das checken und Informationen sammeln. Mhm. Lass ich mal alles checken. Sollen muss ich da hoch? Komme ich da hoch? Äh, da wäre hier die Leiter. Ach so. Nee, okay. So. Gut, wo ist der Behälter? Wo ist der Behälter? Äh. Okay. Naja. Äh. Huch. Irgendwo da oben passiert wieder was. Da ist ein Scham. Hängt da nicht normalerweise was dran? So, aber jetzt würde mich trotzdem interessieren, wo dieser SHD-Behälter ist. Irgendwie hier rein. Aha. Computer. Kann doch nicht sein, dass es von da oben irgendwie einen Eingang gibt. Eine Leiter oder irgendwas? Oder so was? Nein. Hm. Wir werden es im nächsten Leben lösen. Weil hier geht es ja auch nirgends rein. Aber irgendwie muss ich doch in diesen Raum rein. Ach so. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mensch, Mensch, Mensch. Gerade eben habe ich es doch gehabt. So. Also doch. Bisschen Spezialmunition. Die gute Brand, glaube ich, oder? So. Äh. Kugang, Kugang. Kugang, Kugang. Hier ist ja jede Menge Material. Jede Menge Zeug zum Mitnehmen. Ja, aber das ist uninteressant. Okay. So. Haben wir hier irgendwas Spannendes? Jetzt muss ich hier gerade mal kurz überlegen. Und ich bin hier gerade ein bisschen irritiert. Okay. Okay. Nö, das passt soweit. Okay. So. Jetzt müssen wir nochmal. Natürlich, den Kontrollpunkt müssten wir einnehmen. Und das werden wir jetzt noch versuchen in dieser Folge. Und dann sehen wir uns natürlich dann wieder weiter. Später in der nächsten Folge wieder. Aber jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Um den Kontrollpunkt. Ach du Schande. Das ist ja noch nicht der Kontrollpunkt. So, aber da gibt es ein paar Raketen, Raketen, Raketen. Die nehme ich gerne mit. So, da ist jetzt der Kontrollpunkt. Da wird es jetzt spannend und interessant für uns. Oh, 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 die kommen uns gleich umgehen. Aber da sind sie ja eigentlich auch nicht, die Kollegen. So, da sind sie jetzt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder eine einigermaßen gute Position erwischen. Nee, da kommt man nicht zurück, oder? Das wäre natürlich schon cool. Aber da kommen wir auf den LKW. Und wir können natürlich Verstärkung rufen. So, und dann auf den LKW packen wir unser Geschütz. Jetzt springen schon wieder welche rum. Wir rufen Verstärkung. Verstärkung unterwegs. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass uns keiner in den Rücken fällt. So wie die Kollegen hier. Oh, was röchtet da? Also irgendwie ist hier... So, den Kollegen mal ein bisschen helfen. So, da ist jemand. Irgendwo springt da hinten auch wieder einer rum. Naja, okay, der soll uns nicht weiter stören. Oh, da ist einer mit einer großen Bumme. Da holen wir doch unseren kleinen Raketenwerfer raus. Es sieht so aus, als wenn unsere Verstärkung von da hinten kommt. Deswegen konzentriert sich der Kollege auch auf da hinten. Und deswegen haben wir es dann ein bisschen leichter. Oh ja, da sitzt unsere Verstärkung. So, jetzt müssen wir da aufpassen. Irgendwo springt da wieder so ein böses, böses Robotertal rum. Jep, und will unsere Verstärkung wehtun. Ups, ich hab so das... Ah! Das wollte ich jetzt nicht. So, schauen, dass wir wieder eine erhöhte Position erreichen. Hey, wo sind denn die Kollegen? Schwer gepanzerter Feind erkannt. Systeme gedrosselt. Und los geht's! System wieder online. So, schwer gepanzerter Feind erkannt. Das wird irgendwo hier sein. Ah ja. Ah ja, sehr schön. Wo haben wir denn noch welche? Da rechts springt noch einer rum? Gut. Ah. 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 So, wie sieht's aus? Kontrollpunkt gesichert. Das hört sich gut an. Freunde, da kommt doch irgendwo was. Oh. Sehr schön. Den kriegen wir auch noch. So, links ist was. Komm, 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 komm. Sehr schön, auch das passt. So, da drüben. Wir sind's auch. Oh ja, den haben wir. Gut. Extra, prima, gut, Sir. Und welch mit dir? So, ein bisschen Munition hier aufnehmen. Oh ja, da kommt er. Oh, falsche Deckung. Hier werden wir uns erstmal umgehen. Das ist TNT-Funktion. Scheiße, ich setze fest. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Grammater. Meine Westen, der Marsch. So, wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Trau dich. Aber ich, da hinten ist er. Augen auf. So, komm schon, komm schon, komm schon. So, Geschütz mal entfernen. So, das soll's gewesen sein. Den Kontrollpunkt, den haben wir eingenommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und damit soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Ich darf mich wie immer mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Freue mich, wenn es euch gefreut hat. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal mit The Division 2 Season 11. Ich sag tschüss, Chargerio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020